Hi Leute, herzlich willkommen. Ich bin's, euer Jonas Erdmann. Heute gibt es mal wieder überraschender Reise ein Eisenbahnvideo von der Modellbahn für meinen Papa. Wir fahren heute mit einer Raureihe Q60 und wir befahren heute die Bergstrecke. Und wir steigen jetzt gleich mal ein, denn unser Zuckerteib abfahrt. Sollteib abfahrt. Sollteib abfahrt. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.